Wunderschön, das ist einfach, Leute, das ist das Tor, wenn ihr das Tor gesehen habt, äh, Tor A1, so das, boom, von der Charakter sehen wir aus wie aus Tor Racken und von daher... Ich will jetzt, ich will jetzt... Wir sind bei der neuen Tor Location, also ich nenne es Tor Location, das ist mit diesem seltsamen Eye-Ding, mit diesen Meteoriten, aber hier ist einfach keiner gelandet, Leute! Schuss! Sag deine Mutter, du sollst aufhören, das macht die Augenlage kaputt! Guck mal, hier sind so Schleusen einfach, hier sind Bewachungskameras, man kann Schleusen öffnen, Leute, das ist Tor! Leise, 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 leise! Okay. Der macht den Sound. Okay. Leute, das ist einfach, das ist einfach aus Tor, guck mal, das ist an! Hier ist diese, diese Sachen, die sie von, äh, Jane haben, hier wurde Tor, ne, hier ist ne Küche. Irgend, es gibt jetzt sogar einen Raum, in dem Tor verhört wurde, wisst ihr? Hier gibt es halt wirklich irgendwo. Oh, wir sind einfach nur in der Zone, und keiner ist hier! Hier ist ein Helikopter, mit dem trotzdem gelandet ist. Hier! Hier, hier, glaub ich, oder hier? Ne, hier ist Tor aufgewacht. Hier ist Tor aufgewacht. Also ich eigentlich, ich glaub, ich glaub, ich bin da. Da ist Tor aufgewacht, in dem Raum. Okay. Ey. Wo wurde der verhört? Ich war vorhin drinnen. Das ist so ne übelste Art in Spielung, das ist ja mal mega... Besonders der Skin, komm mal zu, komm mal zu mir, Leute. Ich bin bei dir. Der Skin sieht auch übelst aus wie Tor. Ah! Ah! I-bims! Das ist nur ne Munitionsküste. Türversperrer. Guck mal, es sieht einfach echt aus wie Tor, oder? Ja! Es sieht einfach aus wie ein Tor. Allein du wirklich was. Ich hoffe, dass nicht das ist der Tor. Ich will nämlich so ein Tor, Heldenskind. Raus aus der. Weg hier! Genau, du, äh, musst dich nur ganz kurz mehr orientieren, du hast es geplant, damit man denkt, dass du nicht so intelligent bist. Aber du bist ja... und die unintelligentes Mensch all diese Meteorien des Projekts in der Kisten sie hat es ist 8.000 so ist einfach da ich erinnere das können wir auch diese ganzen geilen Steine essen ja ja erst mal und das ist ein Problem haben wir noch mehr verstopfen das ist korrekt es ist gut 3 im Saarland gelaufen ist es wie mit einem den Busch wird und das steht es einfach weil das Tor der Tor gesehen habt Prozent oder ein Fals der Karte der Mausherstor und das ist es am liebsten einfach ein Impuls genaut haben Scheiße okay Leute Racketen will jemand Brotten kamen Leute ja das ist das Geld ich versuch's ja das Blank ging weg 3 2 1 ich muss weiter 3 2 Drei, eins, okay, das war zu. Ich hatte noch drei Schuss, okay, warte, warte, ich krieg das hin. Du bist ein Held. Ich bin ein Held, ich bin Tor. Ich spring, ich spring und du schießt, okay? Okay, ich versuch's. Nein, du schießt mich nicht nach oben. Okay. Eins, zwei. Ah, ja. Nein! Boah, da war ich richtig close, da war ich richtig close. Ja! Ja! Irgendwie Spaß. Torben, komm, wir rennen weg. Wir brauchen den nicht mehr. Der ist jetzt unbrauchbar. Die Spreu vom Weizen trennen, was, Draggy? Ich stob mich jetzt voll und spring zu euch. Oh, ihr solltet mehr von Munition. Ich hab wieder drei Schuss. Das ist Glück. Warte, Draggy, siehst du das aus der V, ne? Da ist was drin. Was ist das? Junge, ich hab einfach, ich hab einfach so viele Munition. Warum? Junge, jetzt hab ich das richtig krisse Ausrüstung und ich nehm auf, das ist perfekt jetzt. Ich muss einfach die ohne Komplette aufnehmen und ich hoffe, wir gewinnen. Wenn nicht schnell ich das alles raus. Geht einfach, geht einfach, vergesst nicht. Hatte ich mal. Einer snoggt. Alter, war nur noch zu böse. Warum schon? Wir müssen die anderen killen. Bure Sohn. Jeets. Die letzten zwei sind noch drüben. Flamm King, du schaffst was. Hallo? Ich schaff, dass ich liebe dich. Ich glaub jetzt einmal an dich. Ich schaff, dass ich liebe dich, auch wie süß. Ja. Hab ich mir. Oh, es kommt zwei. Oh nein, ich hab viele Lütter. Ja, ich hab keinen Mütter. Ich hab keinen Mütter. Ich bin auch tot. Grip dies. Dies Nutz. Oh. Aber danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Ich hab ein Kilo und wir haben ein ganzes Tor erkundet. Ja. Wenn ihr für mich gesehen habt, dann versteht das ganz mehr. Ich hab voll früher genockt. Ja, das hat niemand gesehen. Tschüss. 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 Tschüss.